Dobredan aus Mitrovica, Kosovo. Wir sind nach einer 15-stündigen Tortur mit dem Auto, dem Flugzeug und dem Bus über Belgrad endlich hier in Mitrovica angekommen und ich sage Dobredan, weil wir hier im nördlichen Teil der Stadt sind. Das ist der serbische Teil der Stadt. Auf unserem Weg sind uns schon einige Vorurteile begegnet in Gesprächen mit anderen mitfahrenden, Serben in dem Fall, wie zum Beispiel, dass die Kosovo-Albaner nicht zur Schule gehen, dass die keine Fremdsprachen können, dass sie auf der Straße immer nur die Leute attackieren. Also ganz schlimme Vorurteile. Andererseits haben wir aber auch mit Leuten gesprochen, die sich dafür einsetzen, dass diese Vorurteile wieder abnehmen. Also es ist anscheinend eine sehr schwierige Situation gerade hier und das haben wir auch erwartet, deswegen sind wir hier und ich denke, dass wir in den nächsten Tagen dieses Spannungsverhältnis weiter beobachten und nach Deutschland berichten werden.